Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute möchte ich über Videos im Unterricht reden. Zuerst möchte ich euch ein E-Buch zeigen mit über 50 Ideen, wie man Videos sinnvoll im Unterricht einsetzen kann. Dann möchte ich euch drei, vier Highlights von diesem Buch zeigen, die ich selbst regelmäßig verwende und super finde. Und am Ende zeige ich euch noch eine Playlist, mit dem ihr unseren Schülerinnen und Schülern beibringen könnt, wie sie Screencastify, den Tool, die wir haben, benutzen können. Fangen wir an. Das Buch, das ich vorher erwähnt habe, heisst 50 Ways to Use Screencastify in the Classroom und es wurde von einer der einigen der besten amerikanischen Lehrer geschrieben, die auch mit Technologie arbeiten. Auf Seite vier findet ihr die Table of Contacts. Das Buch ist auf Englisch, aber ziemlich gut verständlich. Diese hier sind die Sachen, die ihr in allen Fächern benutzen könnt. Und dann fachspezifisch haben sie verschiedene Ideen. Schon wenn du hier etwas siehst, kannst du darauf klicken und dann gehst du an den Ort oder du kannst sie durchscrollen. Meistens ist immer dasselbe aufgebaut. Hier ist der Titel. Dann die Frage ist, wen sieht man auf dem Bildschirm? Hier kann man Lehrer oder Studenten haben. Dann eine kurze Erklärung, worum es geht. Und immer kannst du hier darauf klicken, dann öffnet es und dann siehst du ein Beispiel dafür, wie das Teil funktionieren würde. Ein Beispiel, die ich oft benutze, ist, dass ich ein Feedback über Videos gebe. Besonders bei längeren Sachen, wenn ich zum Beispiel ein größeres Produkt gerade zu Hause beurteile. Manchmal möchte ich noch ein paar Sachen dazu sagen, warum hier ich einen Punkt genommen habe oder warum hier etwas dazu genommen habe. In der 5 Minuten Pause mag ich das nicht. Die Schüler sind müde. Ich bin müde und es ist wirklich eine mühsame Sache, noch mit denen zu reden oder mit denen. Dann benutze ich Screencastify. Ich mache ein kleines Video, wo ich erkläre, warum was besser sein kann, was schlechter sein kann. Ich persönlich mag nicht viel zu schreiben und das ist eine gute Möglichkeit für mich, doch gutes Feedback zu geben. Ein anderer guter Trick als Lehrperson ist, wenn du deine Routinen auf ein Video aufnimmst. Zum Beispiel in meinem Klassenzimmer sind das die drei wichtigsten Regeln. Bitte achte darauf, so und so möchte ich es haben. Du nimmst es einmal auf. Du postest es auf Classroom und zum Beispiel, wenn ein neuer Schüler oder Schülerin in deine Klasse kommt, kann diese das Video anschauen und wird wissen, was du möchtest. Von der Schülerseite her finde ich es sehr spannend, dass die Schülerinnen und Schüler vieles machen können, die sie dann nicht im Unterricht machen müssen und trotzdem nicht schreiben müssen. Zum Beispiel, sie können ihre Interviews statt schreiben, sie können es aufnehmen auf Video, wie sie Interviews mit anderen machen. Das ist dann sehr spannend beim Berufswahl und sonst auch bei jeder Aufgabe, wo es damit zu tun hat, ein Interview mit jemandem zu machen. Als letzter Highlight möchte ich eine meiner Lieblingsaufträge zeigen. Das ist, wenn die Präsentationsfilme, grundsätzlich die Schüler machen eine Präsentation, aber sie präsentieren nicht vor der Klasse, der sehr viel Zeit wegnimmt vom Netto-Unterricht, sondern sie machen zu Hause einen Film daraus und erklären, was man auf diese Präsentationsfolien sieht. Wenn du Lust hast, mit deinen Schülerinnen und Schülern Screencastify oder die Highlights, die ich vorgestellt habe oder etwas anderes aus dem Buch auszuprobieren, dann empfehle ich dir meine Playliste, was ich unten auch als Link gegeben habe, anzuklicken. Ich habe hier zwei kurze Filme. Der eine ist die Screencastify-Einrichtung, das können die Schüler selbst durchführen und dann eine fünfminütige Erklärungsfilm, wie man so einen Präsentationsfilm macht. Diese zweite ist auch für Schülerinnen und Schüler gedacht. Wenn sie das durchschauen, sollten sie es schaffen, die Aufnahme zu machen und dir ihren Film abzugeben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.